Die Top 5 wasserdichten Rolltop-Rucksäcke, unsere Empfehlungen Ich bin absolut begeistert von diesem Rucksack. Das Design in Rosa ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch super durchdacht. Mit einem speziellen Laptop-Fach und einer Anti-Diebstahl-Tasche ist er perfekt für die Uni, Reisen oder den Job geeignet. Die Verarbeitung ist hochwertig und robust, sodass der Rucksack auch im Alltag bestens funktioniert. Außerdem bin ich von der Größe sehr positiv überrascht, denn er bietet genügend Platz für alles, was man so braucht. Ich kann den Ela Moe Rucksackdamen wärmstens empfehlen. Ich bin unglaublich zufrieden mit meinem Ela Moe Rucksackdamen. Das Design ist wunderschön und die Tasche ist äußerst durchdacht gestaltet. Es gibt ein spezielles Laptop-Fach und eine Anti-Diebstahl-Tasche, was mich sehr beruhigt, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Der Rucksack ist perfekt für Ausflüge, die Uni, die Schule oder das Büro geeignet. Ich liebe die Farbe Cherry, die sich von den langweiligen schwarzen Rucksäcken abhebt. Ich empfehle diesen Rucksack jedem, der auf der Suche nach einem praktischen und stilvollen Begleiter ist. Ich habe den Travelite Handgepäck Rucksack mit Laptop-Fach 15,6 Zoll aus der Gepäckserie Basics Daypack Rollup ausprobiert und bin sehr zufrieden damit. Der Rucksack ist sehr praktisch und bietet genügend Platz für alle meine Reiseutensilien. Besonders gefällt mir die Rollup-Funktion, die den Rucksack kompakter macht, wenn ich ihn nicht benötige. Das Laptop-Fach ist sehr geräumig und schützt meinen Computer gut. Der Rucksack wiegt nur 800 Gramm, was ihn sehr leicht macht. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jedem empfehlen würde. Ich habe mir vor kurzem den SP-Good Wanderrucksack mit einer Kapazität von 40 Litern, 50 Liter zugelegt und bin mehr als zufrieden. Der Rucksack ist sehr leicht und bietet dennoch viel Platz für meine Tracking-Ausrüstung. Besonders praktisch ist die mitgelieferte Regenhülle, die meinen Rucksack bei schlechtem Wetter trocken hält. Der SP-Good Rucksack ist sehr robust und wasserfest, was gerade beim Camping und Wandern sehr wichtig ist. Auch die vielen Fächer und Taschen im Rucksackinneren erleichtern mir das Organisieren meines Gepäcks. Ich kann den SP-Good Wanderrucksack jedem Outdoor-Enthusiasten empfehlen. Ich habe den VD City Rucksack Citygo für meinen letzten Städtetrip gekauft und bin begeistert. Der Rucksack ist wasserdicht und leicht, was ihn ideal für den urbanen Alltag macht. Es gibt ein spezielles Laptop-Fach, das meinen Computer sicher aufbewahrt hat. Das Rolltop-Design macht das Öffnen und Schließen des Rucksacks sehr einfach. Ich würde diesen Rucksack jedem empfehlen, der einen praktischen und stylischen Begleiter für den Alltag sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.